So, Ladies und Gentlemen, jetzt die Türe schießen, es geht loll! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitskurse annehmen, rauchen einstellen, und nun macht es euch mit Schwemmung überlassen, alles andere tun. Jaaah! Doch einer ist knall, die Funktion, jetzt wieder vor, der kann den lösen, anschließender Mann sein, auf wen, auf wen, auf wen, auf wen, auf wen, auf wen, auf wen! HAHAHAHAHAHA! Hahahaha! Hahahaha! So, Ladies und Gentlemen, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt geht die Fahrt wieder von Bern. Let's go, baby, jetzt machen wir die Flasche. Alles klar, Freunde, jetzt geschehen, wir befinden uns im Land am Flug. Vor mir, vor mir, vor mir, Marschina.